Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder gemeinsam eine Prüfungssimulation, bedeutet also ich zeige dir heute 30 originale Prüfungsfragen aus der theoretischen Führerschein Prüfung. Doch bevor das Video losgeht noch eine kleine Info und zwar war ich heute beim TÜV Süd und habe gefragt, ob man denn die theoretische Prüfung auch mit einer Audio-Unterstützung durchführen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wenn du dich zu deiner Prüfung anmeldest, du einfach nur sagen möchtest, dass du die Audio-Unterstützung haben möchtest, dann bekommst du Kopfhörer vom TÜV und du kannst genauso wie ich in den Videos die Fragen und Antworten dir vorlesen lassen. Um dich noch besser auf die theoretische Prüfung vorbereiten zu können, empfehle ich dir das Hörbuch der Klasse B. In diesem werden die originalen Prüfungsfragen und richtigen Antworten für dich vorgelesen. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Achtung, diese Frage wird auch sehr häufig falsch angekreuzt. Du meinst es natürlich sehr gut und denkst du so, ja gut, wer ein Kraftfahrzeug führen möchte, der sollte kein Alkohol trinken. Das ist schon richtig, aber das Alkoholverbot gilt nur für Personen, die in der Probezeit sind und die unter 21 sind. Bedeutet also, du machst zum Beispiel den Führerschein mit sagen wir 25, dann hast du dennoch zwei Jahre Probezeit und dürftest im Prinzip dann erst mit 27 ein Schlückchen Alkohol getrunken haben und in eine Polizeikontrolle kommen, dass dir nichts passiert. Also ganz wichtig, die beiden Faktoren müssen gegeben sein. Okay, wir sind auf einer Vorfahrtsstraße, da vorne rennen Kinder über die Straße. Wir schauen auf das Kind in dem gelben Oberteil. Okay. Warum müssen Sie hier verzögern? Wegen des Kindes? Wegen des Geländewagens? Wegen des Motorrades? Ja, also ganz klar, wichtige Frage, gibt auch fünf Fehlerpunkte, hier natürlich wegen des Kindes. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? In unübersichtlichen Kurven, an Bahnübergängen, an Fahrbahnverengungen? Ja, also alles richtig. Überall da, wo halt man wenig sehen kann, dementsprechend kreuzen wir alle drei Antworten an. Wann ist das Überholen verboten? Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende, wenn die Verkehrslage unklar ist, wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken. Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als den zu Überholenden, das ist richtig, bedeutet im Klartext, sagen wir mal 80 kmh sind erlaubt, vor dir fährt ein LKW mit 79, du fährst 80, dann bist du nicht wesentlich schneller als der LKW und dementsprechend würde dieser Überholvorgang ewig dauern. Das bedeutet, du darfst nicht überholen. Wenn die Verkehrslage unklar ist, das ist auch richtig, du hast zum Beispiel einen Stau auf der Kreuzung oder irgendwie einer fährt irgendwie komisch, einer ist irgendwie ortsfremd vielleicht, bleibt an jeder Kreuzung stehen, schaut irgendwie komisch, dann ist die Verkehrslage unklar und dann ist das Überholen auch nicht erlaubt. Wenn Sie die gesamte Überholstrecke nicht überblicken können, das ist natürlich auch richtig, die Zeit, die du, oder die Strecke, die du brauchst zum Überholen, die musst du natürlich einsehen können, sonst wäre das ja ein purer Blindflug. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen? Radfahrer benutzen keine Beleuchtung bei Dunkelheit. Radfahrer benutzen Einbahnstraßen in beide Richtungen. Radfahrer benutzen Radwege auf der falschen Seite. Also wir gehen immer vom Schlimmsten aus und schlimm wäre für uns, wenn der Radfahrer bei Dunkelheit kein Licht anhat, entgegengesetzte Einbahnstraße fährt und den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzt. Das weiß übrigens so gut wie auch niemand, dass man den Radweg natürlich nur in Fahrtrichtung rechts benutzen darf. Bedeutet also, wenn du aus irgendeinem Grund wieder zurückfahren möchtest, dann musst du auf der gegenüberlichen Straßenseite fahren, wenn kein Radweg vorhanden ist. Was versteht man unter defensivem Fahren? Mit Fehlern anderer rechnen. Vorsorglich an jeder Kreuzung anhalten. Nicht auf dem eigenen Recht bestehen. Also defensiv bedeutet einfach, genau, mit Fehlern der anderen rechnen und nicht auf das eigene Recht bestehen. Zum Beispiel, du fährst jetzt auf einer Vorfahrtstraße und irgendwann hast du da einfach einen Blick dafür, dass... Also das kommt schon mal vor. Da kommt zum Beispiel einer aus der Seitenstraße raus und du weißt ja, wenn du ein Vorfahrtgewehren hast, dann musst du erst nach links schauen und dann nach rechts. Denn beide haben ja Vorfahrt, aber der, der dir als erstes in dein Auto reinfahren würde, würde von links kommen. Ja, deswegen schaust du zuerst nach links, weil in Deutschland fährst du auf der rechten Straßenseite und dementsprechend kracht es halt da als erstes. Und irgendwann hast du dein Auge dafür, du fährst auf der Vorfahrtstraße und dann kommt einer von der Seite und du siehst, verdammt, der schaut mich nicht an. Ja, der schaut erst nach rechts und fährt auf meinen Fahrstreifen. Also weißt du, als geübter Fahrer, als routinierter Fahrer, ganz klar, der war halt irgendwie im Gedanken, ja, ich mache mir jetzt auch nicht irgendwie den großen Kopf, warum, du Depp, schau halt, sondern der wird schon einen Grund haben, warum, ja, der ist halt irgendwie mit dem Gedanken woanders gewesen. Und dann liegt es an dir, obwohl du Vorfahrt hast, nicht auf deinem Recht zu bestehen, dass du Vorfahrt hast, mit dem Fehler der anderen zu rechnen und damit zu rechnen, dass du jetzt bremsen beziehungsweise anhalten oder ausweichen musst. Und da würde ich mich gar nicht drüber aufregen, weil ist ja so. Womit müssen sie rechnen, wenn vor ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will? Er wird sich besonders weit rechts einordnen. Er wird seine Geschwindigkeit stark vermindern. Er wird vor dem Abbiegen nach links ausscheren. Also, du fährst auf eine Kreuzung zu und vor dir fährt ein großer LKW mit Anhänger am besten. Wenn der nach rechts abbiegen möchte, das weißt du wahrscheinlich nicht, wenn du nur mit dem Auto bis jetzt gefahren bist oder mit dem Fahrrad. Der braucht viel, viel, viel mehr Platz als du, gerade beim Rechtsabbiegen. Wenn er sich rechts einordnen würde zum Rechtsabbiegen, dann würde er die Ampel mitnehmen oder auf dem Gehweg fahren müssen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Dementsprechend wird er davor abbremsen und stark nach links ausscheren. Also, meistens benutzen sie dann sogar zwei Fahrstreifen oder sogar den linken Fahrstreifen, um rechts abzubiegen. Sollte eigentlich durch Blinken angekündigt werden, aber jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid. Was ist hier richtig? Bremslicht an. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen. Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Okay, also Schrittgeschwindigkeit ist immer gut und Fahrgäste dürfen nicht behindert werden. Das klingt doch super. Wie verhalten Sie sich, wenn ein Bus an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet ist? Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigenfalls anhalten. Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten. Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen. Also hier haben wir jetzt Warnblinklicht. Dementsprechend dürfen wir nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Denn Fahrgäste dürfen natürlich nicht behindert werden und beim Vorbeifahren genügend Seitenabstand. Das ist alles richtig. Gibt auch fünf Fehlerpunkte wieder. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Okay, also es geht darum, wir haben ja einen Fußgängerüberweg. Dementsprechend müssen wir den Fußgänger natürlich über die Straße gehen lassen. Da gibt es auch noch eine weitere Problematik. Und zwar haben wir davor ein Auto, welches rechts abbiegen möchte. Und wir sehen noch einen Radfahrer, der diese Straße, in die der Bus reinfahren möchte, kreuzt. Das heißt, der Bus muss warten. Eventuell kommt sogar noch einer von der anderen Seite. Ein Fußgänger vielleicht. Den sehen wir jetzt nicht, weil er hinter dem Bus ist. Und dementsprechend müssen wir natürlich vor dem Fußgängerüberweg warten. Ich warte vor dem Fußgängerüberweg, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist. Ja, genau. Ich schließe unmittelbar zum blauen Fahrzeug auf. Das machen wir nicht, weil sonst würden wir ja auf dem Fußgängerüberweg warten. Wenn jetzt hier keine Person drüber gehen wollen würde, du darfst nicht auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen kommen. Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Ja, klar. Also 1 und 3 kreuzen wir an. Damit haben wir die Aufgabe richtig beantwortet. Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert? Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist. Das Fahrzeug auf der freien Fahrbahnhälfte. Immer das kleinere Fahrzeug. Also natürlich das Fahrzeug, welches das Hindernis auf seiner Seite hat. Es gibt natürlich Ausnahmen, und zwar mit den Verkehrszeichen. Vorrang vor dem Gegenverkehr oder dass du Vorrang gewähren musst. Das ist einmal dieses rote Runde mit dem roten und dem schwarzen Pfeil. Und einmal das blaue, viereckige, quadratische mit dem roten und weißen Pfeil. Sie möchten eine Autobahn benutzen. Welche bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit muss hierfür in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder in der Betriebserlaubnis eingetragen sein? Das sind 60 Stundenkilometer. Achtung, viele, also es gibt so ein Irrglaube, dass es 80 sind. Es sind tatsächlich nur 60. Wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird? Muss ich ganz kurz erklären. Stell dir vor, du hast eine Straße und rechts daneben sind Parkplätze. Und du würdest am Fahrbahnrand parken und nicht auf dem Parkplatz. Also ist das Parken am Fahrbahnrand verboten, wenn die Benutzung der gekennzeichneten Parkflächen verhindert wird. Also du stellst dich praktisch nicht auf den Parkplatz, sondern auf die Straße. Vor Bordsteinabsenkungen, unmittelbar hinter Fußgänger überwegen. So, vor Bordsteinabsenkungen, das ist richtig. Da ist das Parken verboten. Halten ist allerdings erlaubt. Und unmittelbar hinter Fußgänger überwegen, ist das Parken wieder erlaubt. Davor ist es verboten, bis zu 5 Meter. Dahinter darfst du sofort wieder parken. Deswegen kreuzen wir die letzte Antwortmöglichkeit nicht an. Okay, der linke Fahrstreifen ist blockiert. Wir müssen den rechten benutzen. Das sieht nach Rauch aus. Da ist ein Feuer ausgebrochen. Dementsprechend machen wir das Warnblinklicht an. Genau, bleiben wir stehen. Wenn du im Tunnel einen Brand hast, dann musst du natürlich aussteigen, da sich der Rauch im Tunnel bündelt und Erstückungsgefahr droht. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du den Schlüssel im Auto stecken oder liegen lässt, dass die Feuerwehr dein Fahrzeug unter Umständen wegfahren kann. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich halte an, stelle den Motor ab und warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfahrstelle. Okay, also nicht im Fahrzeug warten, sondern... Ich halte an, stelle den Motor ab und verlasse den Tunnel über den Notausgang. Genau, den Tunnel verlassen. Ich halte an, stelle den Motor ab und lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug. Genau, das ist auch richtig. Also zwei und drei ankreuzen. Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? Die Verwendung von Klimaanlagen. Die Verwendung von Leichtlaufölen. Die Verwendung von Leichtlaufreifen. Okay, also Umweltschonung. Klimaanlage verbraucht natürlich mehr Kraftstoff, da ein Klimakompressor arbeiten muss und da muss sich der Motor einfach mehr anstrengen. Dementsprechend tut das natürlich der Umwelt nicht so gut, aber das Öl und die Reifen, das ist richtig. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? An Grundstücksausfahrten, an Straßenkreuzungen und Einmündungen, am Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches. Okay, also kurz gesagt, wo gilt die Regel rechts vor links? An Kreuzungen und Einmündungen, das ist richtig. An Grundstücksaus- und Einfahrten natürlich nicht. Und am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs hast du auch keine Vorfahrt. Also da gilt auch die Regel rechts vor links nicht. Achtung, auch in dieser Frage gibt es wieder fünf Fehlerpunkte. Nochmal kurz zur Erinnerung. Kreuzst du zwei dieser fünf Fehlerpunkte, äh zwei Fragen mit fünf Fehlerpunkten falsch an, dann gilt die Prüfung als nicht bestanden. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir sind auf der Vorfahrtstraße, dementsprechend haben wir Vorfahrt vor dem Traktor. Der hat ein Stoppschild, das sieht man ganz gut hier an den Umrissen des Verkehrszeichen. Aber wir biegen links ab, das heißt wir kreuzen uns mit der Trambahn, dementsprechend darf die Trambahn zuerst fahren, danach wir und am Schluss der Traktor. Auch hier wieder Vorfahrtsfrage, fünf Fehlerpunkte, ganz klar. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. Natürlich, du musst auf den Gleisen warten, wo willst du denn sonst warten? Ich muss den Traktor durchfahren lassen. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. Also wir müssen die Straßenbahn durchfahren lassen, das ist die einzigste richtige Antwort. Aber nur aus dem Grund, da wir Linksabbieger sind und den Gegenverkehr durchfahren lassen müssen. Sie kommen an eine Kreuzung, an der sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten sie sich? Nach der Regel rechts vor links fahren. Als Geradeausfahrer immer durchfahren. Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen. Also wenn du auf den ersten Blick nicht gepeilt hast, ob du Vorfahrt hast oder nicht, natürlich warten, beobachten. Man könnte, ich gehe noch mal ganz kurz eine Frage zurück. Jetzt gehen wir davon aus, du bist an diesem Verkehrszeichen Vorfahrtstraße schon vorbeigefahren. Du könntest zum Beispiel in den Spiegel schauen. Dieses Verkehrszeichen Vorfahrtstraße hat eine einmalige Form. Wenn du im Rückspiegel diese Raute siehst, dann weißt du, du bist auf einer Vorfahrtstraße. Du könntest zum Beispiel in den Gegenverkehr schauen. Hier vorne, Vorfahrtstraße, so sieht das aus. Dementsprechend weißt du, du befindest hier auf einer Vorfahrtstraße. Schaust du in die Seitenstraße rein und siehst ein Stoppschild, dann weißt du, okay, der Querverkehr muss warten. Ich auf der Vorfahrtstraße darf fahren. Genau. Was ist hier beim Parken zu beachten? Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt sein. Parkschein und Parkscheibe sind gleichgestellt. Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden. Also natürlich muss der Parkschein gut leserlich hinter der Windschutzscheibe ausgelegt sein. Und die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf natürlich nicht überschritten werden. Sollte der Parkscheinautomat defekt sein und in zumutbarer Umgebung kein zweiter funktionierender Automat aufgebaut sein, dann darfst du dir die Parkscheibe auslegen mit der Ankunftszeit und darfst natürlich dann auf diesem Parkplatz kostenlos parken. Allerdings natürlich nur bis zur angegebenen Höchstparkdauer, die auf dem Schild über dem Parkplatz bzw. auf dem Ticketautomaten angegeben sind. Also manchmal steht da zulässige Höchstparkdauer zwei Stunden. Du kommst, sagen wir mal, um 14 Uhr nachmittags an. Sagen wir mal 14 Uhr eins. Okay, dann stellst du die Parkscheibe auf 14 Uhr 30. Du darfst nämlich immer auf die nächste halbe Stunde aufrunden. Und dürftest dann bis 16 Uhr 30 praktisch parken. Also zwei Stunden. Sogar zwei Stunden 29 Minuten. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? So, rund um Blau ist ein Geburtszeichen. Sag dir, was zu tun ist. Ich darf nur nach links weiterfahren. Ich muss links blinken. Ich darf nicht blinken. Du musst, du musst auf jeden Fall, du musst nach links weiterfahren. Du musst links blinken. Und noch ein kleiner Tipp für die Praxis. Du nimmst den zweiten Gang, wenn du dieses Verkehrszeichen hast. Denn abbiegen tust du grundsätzlich im zweiten. Sie wollen auf einem Platz mit Parkscheinautomat parken. Was haben Sie zu beachten? Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten. Genau, haben wir gerade besprochen. Ein Parkschein ist immer überflüssig, wenn Sie eine Parkscheibe benutzen. Das stimmt nicht, haben wir auch schon gehabt. Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist. Total easy. Also, ich werde oft gefragt, welche Fragen denn in der Prüfung drankommen. Es gibt momentan 1127 Fragen. Und von diesen werden zufällig 30 verschiedene ausgesucht. Und jetzt haben wir hier, wir sind gerade in den Zusatzstoff gewandert. Also, wir haben die 20 Fragen aus dem Grundstoff schon durch. Dann kommt automatisch der Zusatzstoff für Klasse B. Das sind insgesamt 30. Und jetzt haben wir zwei Fragen, die nahezu ähnlich sind. Also, diese Fehlerpunkte sind ja fast geschenkt. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Die Fragen werden absolut zufällig ausgewählt. Und wenn du missen möchtest, welche Fragen drankommen, dann hol dir das Hörbuch oder den Videokurs. Im Videokurs erkläre ich dir die Fragen und Antworten. Und im Hörbuch werden dir die Fragen und Antworten vorgelesen. So, in dem Video fährt ein Radfahrer im Gegenverkehr. Der wird überholt. Und das überholende Fahrzeug schert etwas auf unseren Fahrstreifen aus. So, wie verhalten wir uns? Ich fahre möglichst weit rechts. Ich bremse. Ich bleibe in der Mitte meines Fahrstreifens. Natürlich bremsen wir und fahren möglichst weit rechts. Fünf junge Freunde fahren im Auto zu einer Freizeitveranstaltung. Die Stimmung ist ausgelassen. Welche Gefahren können dadurch entstehen? Der Fahrer wird zu langsamerem Fahren verleitet. Der Fahrer wird zu riskantem Fahren verleitet. Der Fahrer wird vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Okay, also auch hier gehen wir wieder vom Schlimmsten aus. Und das Schlimmste wäre 2 und 3. Deswegen kreuzen wir das an. Es fängt an zu regnen. Warum müssen Sie den Sicherheitsabstand sofort vergrößern? Weil die Bremsen schneller ansprechen. Achtung, schneller, langsamer. Hier musst du aufpassen. Die Bremsen sprechen natürlich nicht schneller an, sondern langsamer. Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen. Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, wer den Bremsweg verlängert. Genau, 2 und 3 sind richtig. Übrigens noch eine kleine Sache zu den Scheibenwischern. Wenn du dein Fahrzeug mal in die Waschstraße geschickt hast und am nächsten Tag oder am gleichen Tag fängt es noch an zu regnen, dann werden die ersten paar Kilometer, wirst du eine sehr schlechte Sicht haben, weil die Scheibe noch mit diesem Waschmittel überzogen ist und die hinterlassen dann meistens etwas schlieren. Aber es gibt sich dann mit der Zeit, wenn der Scheibenwischer arbeitet. Was müssen Sie beim Betrieb von Fahrzeugen hinsichtlich der Fahrzeughöhe beachten? Ich muss mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die über den Fahrzeugumriss hinausragt. Ich muss mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren. Ich muss die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten. Also richtig, richtig, richtig. Du sollst natürlich immer wissen, wie hoch, wie schwer, wie breit dein Fahrzeug ist, auch mit der Ladung. Bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf einer Landstraße Fahrzeuge mit Abländlicht entgegen. Was müssen Sie berücksichtigen? Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht. Genau. So etwas Ähnliches habe ich ja gerade versucht zu erklären mit den Scheibenwischern. Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden. Jo. Durch Einschalten von Fernlicht können Sie eine Blendung vermeiden. Auf gar keinen Fall. Mit dem Einschalten des Fernlichtes blendest du den Gegenverkehr. Womit müssen Sie bei Steigungen auf Autobahnen rechnen? Mit langsam fahrenden LKWs auf dem rechten Fahrstreifen. Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fahrzeugen. Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer. Wenn es bergauf geht, dann haben die LKWs es meistens sehr schwer. Dementsprechend gibt es einen größeren Geschwindigkeitsunterschied. Und dementsprechend gibt es natürlich auch mehr Überholmanöver. Denn wenn der LKW dann runter auf 70, 60 kmh geht, dann fährst du da nicht mit 60 kmh hinter dem LKW. Sondern dann wollen wir natürlich die 130 kmh halten. Welche Gefahren können durch falsche Betätigung einer manuellen Leuchtweitenregelung entstehen? Ja, die Frage ist erstmal, was ist das, ne? Zu geringe Sichtweite. Blendung des Gegenverkehrs. Ausfall der Scheinwerfer. Also, stell dir vor, du lädst eine Badewanne in dein Auto hinten rein. Dann würde dein Auto hinten ziemlich tief werden und vorne im Winkel steigen. Das heißt, das Ablehnlicht würde den Gegenverkehr blenden. Und damit das nicht passiert, gibt es eine sogenannte Leuchtweitenregulierung. Die ist bei manchen Fahrzeugen automatisch. Da ist ein Sensor drin, der erkennt das. Bei manchen Fahrzeugen gibt es aber auch so ein Rädchen, wo man dran drehen muss. Und dann, das hast du bestimmt schon mal gesehen, da links unten irgendwo bei der Beleuchtung, das ist so ein kleines Rädchen, da steht dann 0, 1, 2, 3 drauf. Und umso höher die Zahl, desto tiefer gehen die Scheinwerfer. Und jetzt sagen wir mal, du hast dann die Badewanne wieder ausgeladen, hast dann auf 3 gestellt. Also die Scheinwerfer sind noch ganz nach unten gedreht. Dann würdest du im Prinzip, wenn die Badewanne wieder draußen ist, die Scheinwerfer so eingestellt haben, dass du nicht weit genug sehen kannst. Oder anders gesagt, die Badewanne ist drinnen, du hast aber nicht auf 3 oder 2 gestellt, sondern die Scheinwerfer sind noch ganz oben. Dann blendest du den Gegenverkehr. Ausfall der Scheinwerfer, nein, das hat nichts damit zu tun. Wenn die Scheinwerfer kaputt sind, dann sind sie kaputt. Und das hat nichts mit der Leuchtweitenregulierung zu tun. Achtung, hier ist das Schlagwort gebrauchter Pkw. Kaufst du dir einen neuen Pkw, dann das erste Mal nach 3 Jahren kaufst du dir einen gebrauchten Pkw und die Hauptuntersuchung ist neu, dann nach 2 Jahren. Also hier ist die erste Antwort richtig. Stell dir vor, du machst heute den TÜV, also sagen wir mal im September 2020. 2020, dann müsstest du im September 2022 das nächste Mal wieder zum TÜV. Ob der Anhänger da jetzt ein Jahr steht oder 6 Monate, spielt keine Rolle. Also die Zeit verlängert sich nicht um die Standzeit. Okay, wir haben alle 30 Fragen beantwortet. Dann geben wir den Bogen mal ab und schauen, ob wir die Prüfung bestanden haben. Ja, mal wieder mit 0 Fehlerpunkten, perfekt. Also nochmal ganz kurz zu der Sache mit dem TÜV und den Fragen. Wie gesagt, du kannst dir die Fragen und Antworten beim TÜV in der Prüfung vorlesen lassen, so wie ich gerade eben. Schau doch einfach mal hier rechts oben in der Infocard, da verlinke ich dir einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch, damit du weißt, was auf dich wartet. Und ansonsten unten in der Videobeschreibung kommst du direkt zum Hörbuch. Wenn du noch Fragen hast, dann schau doch mal hier bei Instagram vorbei, dann kannst du mir die Fragen nochmal persönlich stellen. Ansonsten abonniere doch den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video jetzt einen Daumen nach oben geben würdest. Okay, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann.